Hallo, wie viele? Shit, nein! Ach man, das waren 3, 4, 3, keine Ahnung, ey. Aber gut, auf diesen Augenblick muss ich halt warten, ne? Weil bevor ich den Berserker aktiviere, muss ich darauf warten, dass das passiert. So, jetzt guck ich noch mal kurz hier, das hat man gemacht. Und nochmal, weil es so schön war. Boah, die schönste Begrüßung ever. Okay. Hallo, du bist jetzt schon da? Komm her. Yeah, yeah. Ja, ja. Mein Brand. Hey, warte, ich hab keine Munition mehr. Okay, ich bin gleich überwürft, ne? Ich hab keine Munition mehr. Also so, so... Aaaaah. Du hilfst mir. Du hilfst mir. Komm, 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 komm. Ich bin drin. Nein! Okay. Tief durchatmen. Und jetzt geht's los. Ah, ein Schuss. So, wunderbar. Nein, was? Ah, okay. 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 Ich glaube, es wird Zeit. Wow. Really? Nein! Oder falsch. Okay, genau den. Alter, leck den Nio. Sind die blöden? Ja. Und das war's auch wieder. Aber gut. Zumindest die schwersten sind, glaube ich, jetzt weg. Die mehr durch sind. Jawohl. Und wir haben noch einen Riesentypen. Auf den Treibstoffen mehr. Ja. Okay. Okay. Ähm. Okay. Nein. Nein. Shit, 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 shit. Komm her. Ja. Nein. Ja. Oh mein Gott. Ja. Das sind die Wichtungen. Schmysgesicht, Junge. Jawohl. Schnitzel, Schnitzel. Oh nein. Da ist er. Und tschüss, jawohl, 3 von 10 gereinigt, wunderbar, wir haben es geschafft, wuhh, und natürlich gehts gleich weiter, keine Müdigkeit schollen, nicht durchatmen, gleich weiter gehts. Oh, von hinten, guck mal, da hat mich, alter was. Okay, das war lustig, noch einmal. Alter, was? Ich hab nur noch eine Kette segelt. Ja, genau, so, du kommst her, ins Auge, bitteschön. Und du machst mal, ähm, geh weg. Ich mag dich nicht. Und dich auch nicht. Wunderbar, Explosion. So, gut. Shit. Aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt und es ist schon mal eine gute Sache. Gibt es irgendwo noch ein Secret? Geheimnis. Nee, glaube nicht, ne? Hallo? Ähm. Ich darf nicht da runter, verstehe ich das richtig? Ich muss da hin. Aber wie soll ich denn? Was? Ach, hier. Alles klar. Guten Tag, ich bin auch mal wieder da. Wo muss ich hier hin? Hallo? Oh. Oh, wow. Jetzt darf ich wohl schießen. Oh, neue Spielzeug. Juhu, neue Spielzeug. Er macht es alleine, ne? Ist das Ziel zerstört? Der zweite Geschützturm ermöglicht Ihnen den richtigen Winkel für den zweiten Tentakel. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Du hast bloß einen Schuss für den einen Bereich, aber nicht für den zweiten. Da musst du extra nochmal woanders hinrennen. Und nochmal mehr Gegner niederballern. So, ähm. Hä? Bin ich jetzt wo an? Ich wollte gerade sagen, hier wird wohl auch ge- oh! Yeah, flamey, flamey! Woah! So. So. Amil! Ne, warte mal! Oh! Okay, ich wollte jetzt gerade das andere ausprobieren. Wächter-Batterie erhalten. Wunderbar. Müssen wir natürlich auch wieder machen, wenn wir zurück in der Fortress of Doom sind. Kann ich hier nochmal rein? Okay, hier gab es nichts mehr. Kann ja sein, dass sich hier noch was versteckt hat, ne? Unsere transdimensionalen Freunde sollen nicht auf beschmutztem Boden wandeln. Die Erde muss gesäubert werden! Hm, du musst auch gesäubert werden, meine Gute. So, abwärts. Wunderbar. Alla! Gott, nein! Wesse, ich habe es gesehen, wollte es aber nicht wahrhaben. Wunderbar! Alla! Jawoll, ich will den Schwenk! So! Yeah! Und du denn noch! Zack! Double kill? Double kill. So, hier ist ne Münze Ah, verdammt Hilfe Hahaha, weg mit dir Großer Mann, fliegen Und du auch Und zack, bam Gut, wo muss ich eigentlich lang? Muss ich hier lang? Weil wenn ich hier lang muss, dann gehe ich noch nicht hier lang. Ich muss da lang. Okay, dann tschüss. Ne, 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 dann gehe ich über hier erstmal lang. Bin ich von hier... Okay, ich bin von hier gekommen, ne? Hm, na gut Behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich von da gekommen bin Oh, guck mal Hey, cool Äh, ja, hier Blut betrieben Hm Oh mein Gott Das war cool Ich weiß, ich sollte ihn nicht so töten Sondern einfach so drauffallern Sondern einfach so drauffallern Weil es wird garantiert, wenn es kommt, der böser ist als er und dann... Sag ich doch Aber selbst der ist noch nicht mal so schlimm, wie was ich befürchte Aber will der schaden? Ja, scheint... Oder auch nicht Jetzt stirbt doch mal Jetzt stirbt doch mal Jetzt stirbt doch... Alter Oh nein, was? Nein, das hat es automatisch jetzt irgendwie... Ja... Okay, cool Also sobald ich die ausgerüstet hab, reagiert er damit Gut Noch einer Oh Gott Also sograben Yeah, baby, wuuu. Mal. Okay. Hä? Ah, fuck. Wie ist das so ein Mist hier? Oh, ein Schuss. Aber... Okay. Oh, ein Schuss. Ups, das Wort verbrückt, aber... Potenzial effektiv. So, wir haben noch so ein riesen Vieh. Hi. Eins? Ja, doch, größer eins. Stüpfst du jetzt mal? Danke. Okay. So. Du auch. Oh nein. Sehr schön. Juhu. Na, fern. Hey. Okay. Tschüss. War's das jetzt so? Ich rechne immer noch damit, dass der Typ mit, ähm, mit den Klingen auf uns zukommt. Ja, doch, ich hab da so eine Ahnung, aber... Gut. Das Spiel sagt, du hast es geschafft, dann habe ich es wohl geschafft. Geht einfach mal die Musik weg. Hä? So, jetzt aber Ruhe hier, ne? Ruhe im Karton. Hm. 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 Okay. Okay. Gesperrt. Aber wieso ist das noch gesperrt? Ich meine, hey, wir haben es doch geschafft. Waren wir hier noch, hä? Wir haben doch alle getötet. Juhu. Sollen wir hier irgendwo noch was aktivieren? Weil wir kommen ja nicht höher, ne? Was? Wow. Ach, das war jetzt noch. Gute ich jetzt da drauf, musste ich jetzt warten. Gutes Problem ist halt, ich hab keinen Flutschlag, ne? Gutes Problem ist halt, ich hab keinen Flutschlag, ne? Was? So, gleich mal die Munition schnappen und jetzt ab ins Loch. Genau. Dankeschön. Waaaah. Oh nein. Oh god. und ein riesen typ natürlich weil ich auch laufen kann wie gesagt dieses ist sowas von nein du kannst doch gar nicht laufen in dem geheimnis ja ohne witz es geht doch gar nicht so kill und kill jetzt natürlich hin und her geschützt werden das liebe ich ja blödes zentagelvieh stück sehr schön gut was das oder kommt jetzt noch irgendwas großes echt jetzt das war's okay das spiel scheint mich doch zu mögen ich weiß es nicht ob das ein gutes zeichen ist dass nichts mehr kommt da ich jetzt ähnlich weiß wo ich hin muss weil wie gesagt ich kann hier nicht springen wie soll ich da bitte schön hochkommen wenn ich nicht bringen können hm 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 oh wow ich kann da hoch ja die frage ist halt ist das so gewollt dass man das kann nicht von nein 이스� nein Nein! Ja, also, ähm, ja. Achso, man kann hier zuschlagen, oh mein Gott. Ja, danke. Dankeschön. Wunderbar, wechselt die Batterie, sehr schön. Okay, wir haben es geschafft. Endlich wird er normal laufen können. Mhm. Da, sehr schön. Ich würde mir doch nicht sagen, dass diese Blitze gut für mich sind. Also bitte. Das wäre der größte Fehler ever, zu denken, dass die gut wären. So, einmal nach oben, bitte. Ähm, ja, ich gucke erst mal zu, ich genieße das. Ja, verdammt. Hallo. Warum haben die mich gesehen, verdammt nochmal? Kommt er hier hin? Kommt er hierher? Ja, da kommt er, kommt er. Ich kriege natürlich keinen Stromschlag, weißt du. Die sind ja voll gesaved, ne. Ich nehme an, ich nehme trotzdem Scha- Nein, bei dir geht das nicht gut. Aber bei dir. Oh verdammt, tut mir leid. Ähm, da, nein. Okay, gut. Gut, der ist weg. Habe ich die Muni- Oh Gott, ich gehe da nicht nochmal hin. Komme ich hier rein, ich komme hier rein, verdammt. Kann ich hier irgendwas aktivieren, deaktivieren, Strom deaktivieren, ausmachen, go. Ähm, was? Ach so, habe ich jetzt, ich habe jetzt die Tür, natürlich, ich habe die Tür geöffnet, sehr schön. Speicherpunkte reicht, danke, Spiel. Ach so, wir sind schon da beim zweiten Geschütz. Halleluja. So, einmal aktivieren, bitte. Was, gesperrt? Hä? Ich wollte gerade sagen. Der Weg ist jetzt frei. Sie können doch bei jedem Stützpunkt betreten. Juhu, auf geht's. Wir sind fast tot, aber wir können trotzdem den Stützpunkt betreten. Das ist schon mal gut. Ja, natürlich, ich bin gleich mal wieder voll aufgetankt hier. Bis auf Le... Ja, nö, nö, komm, leck mich. Also, ich sterbe. Hahaha, ja, das war er jetzt. Also, wer hätte gedacht, dass wir das, ja. Also, wow, ich bin, ja, bin begeistert. Aber es hat zum Glück gespeichert, also alles gut. Okay, dann komm mal her, nö. Böser du. Und tschüss. Was? Was? Willst du mich verarschen? Dankeschön. Oh Gott. Und natürlich, den Typen hab ich vermisst. Schön, dass du auch noch lebtest. Schön, dass du auch noch lebtest, würde ich sagen. Okay, hier gibt es sehr viel Rüstung. Ja, oder auch nicht sehr viel, je nachdem. Oh. Jawohl. Oh, wir hatten drei gehabt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Gavale, tschüss! Ha! Noch jemand? Na komm, wo ist denn mein Freund, der Revenant? Oh, warte mal. Oh fuck. Ja, hey. Tschüssi. Was? Er ist doch gar nicht. Wow, der Typ ist beweglich, also wirklich. Hey ho. Alter. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht? Ich hab keine Ahnung, wo ich hingeschossen habe. Oh. Ja, Miniket. Leben. Boah, wie mies. Wer die Schilder projiziert. Wegen der Entfernung. Keine Munition. Wieso rüstete Ausgleichschen? Tinkerfall. Ich hab keine Ahnung. Ah, verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. das war genau weil dann hat es nämlich den typen am arsch und dann ist vorbei das finde ich jetzt nicht schön das blöde ist halt die wand man hat gegen die wand kracht und die wand halt dann noch einen extra schön okay 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 ich gehe nicht weiter ist mir egal ob die wand jetzt perfekt ist ich bleibe hier ja das war so klar ja Jawoll, so das lief schon ein bisschen besser, aber noch nicht ganz perfekt. So, und das wird, äh, hä, wieso? Autsch, hau ab, lass mich hau, du Arsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Wow. Also zielen ist genial, wenn du von sehr Entfernung aus triffst, das ist schon... Hau ab. Oh nein. Kann ich mir das anhören, während ich hier mein... Oh. Album gefunden, Quake 3 Intro. Nein, das war schwierig. Okay, kann ich, kann ich, kann ich. Elenor Tschetson, Protokolleintrag 006. 9. Februar 2163. Er ist das Einzige, was sie fürchten. Wir erlebten, wie die Horde unsere besten und fortschrittlichsten Gerätschaften und Waffen überwand, die wir gegen sie aufbringen konnten. Es war sinnlos. Sie bewegten sich zu schnell, schonten sich nicht, waren nur auf das Blut der Menschheit aus. Sie opferten sich bereitwillig selbst, um zum Herzen unserer Welt zu gelangen. Wir schlachteten Tausende ab. Und Millionen folgten ihm. Aber dann kam er. Er mähte sie um wie eine Sichel das Getreide. Und seine Raserei übertraf die unsere. Er ist schneller, unerbittlicher. Nun glaube ich, dass er mehr ist als mein Mensch. Er ist... Doom. Yeah, wir sind Doom. Doom. Doom und Werden gleich sterben wie bei Doom. Schon wieder alles drei, vier mal explodiert. Ah, hallo. Ah, verdammt. Ich hasse. Also einerseits gute Waffe, andererseits kacke. Ja, jetzt aber. Ja, ins Auge. Und Schuss. Ach, hat keine Munition mehr. Oh, das ist aber doof, ne? Ah. Wie du hast. Ähm. Damals? Oh, wow. Ah, okay. Das gibt's nochmal einen Powershot. Cool. Ja, ich hab doch keine Ahnung, was die Kugel macht. Und... Hallo und Schuss. Ja, komm. Na, wo ist er? Ich habe Angst. Ja. Zurecht. Was? Okay, okay. Halt, halt, halt. So. Immer mit der Ruhe. Das war die falsche. Alter. Alter. Teil doch mal auf mit dem scheiß Schild hier in meinem Gesicht rum zu hängen. Ah, siehst du, tut uns beiden nicht gut. Und Schuss. Einmal, zweimal. Sehr gut. Einmal den Anzug bitte. Hallo? Ah, jetzt gibt's. Knie nieder. Zu deinem Gott. Okay, und wo müssen wir jetzt lang? Jetzt müssen wir doch hoch oder was? Hm. Und es wird still. Achso, jetzt muss ich... Ja, gut. Dann einmal aktivieren bitte. Tja, was erwartet uns wohl draußen? Warnung an das gesamte Ark Personal. Die sterbliche Handicapten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Ja, es wartet ein Revenant auf uns. Und nicht nur, dass auch ein anderer Freund vor der Partei ist. Oh, yeah. Und sie haben mich im Visio. Ja, gut. Es ist ja zu Recht, ne? Und dann... Oh, 10... Achso, verdammt. Autsch. Oah, schon RIP. Schade. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon, ne? Oder? Ich bin gerade ein bisschen... Sprach... Ah, guck mal hier. Ja, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Dankeschön. Hm, okay, hier gibt's... Ah, okay, Raketen. Raketen sind immer gut. Und wieder zurück, ne? Wow. Oh, okay. Oh, hi. Revenant, hallo. Oh, da ist der Kopf geplatzt. Ach, das tut mir aber leid, Revenant, ne? Das tut mir aber leid. Oder dieses Gesiff. Diese Soße hier, diese... Ach. Oh, nein. Wieder so ein Schildtyp. So. Das gibt's auch Stressplattier. Okay. Habe ich jetzt doppelten Schaden? Sehe ich das richtig? Haha. Lebt er noch? Oh, da lebt noch einer. Na ja. Kann passieren. Noch einer? Ja, wie gesagt, dieses Gesiff ist schon... ...etizent. Und, und tschüss. So, jetzt lass mich hier reingehen. Vegas, äh, quatsch. Ja. Ich komme. Doktor. Auch wenn er, äh, angeblich tot ist, ne? Hier ist Doktor Elena Richardson. Protokolleintrag 007. 3. März 2163. Und er ist unsere Erlösung. Denn wie er an Stärke gewinnt, erhöht sich die Zahl derer, die fallen. Die Priester kommandieren die Armeen im Norden und Süden. Aber er kontrolliert den Kampf. Er weilt im inneren Kreis des Todes. Jagt sie an den Rändern der Erde und darüber hinaus. Nun bin ich eine Gläubige. Wir sollten an das Verderben glauben. Der Slayer ist der Speer, der durch das Herz der Angreifer getrieben wird. Und die, die uns Schaden zufügen wollen, sollten gewarnt sein. Denn es gibt nur eine herrschende Lebensform in diesem Universum. Und sie trägt ein stählernes Schwert der Vergeltung. Ehre dem Zerstörer. Die Zeit des Leers ist angebrochen. Yeah, unsere Zeit ist angebrochen. Juhu! Wunderbar, wunderbar. Ein Schwert. Mhm. Schwert klingt nicht schlecht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Kann man hier irgendwas machen? Nein? Nichts aktivieren oder so? Nein, schade. Schade, ich weiß auch nicht, wie lange das Level noch geht. Aber, ja. Oh Gott, nein. Das sieht mir auf jeden Fall aus wie nach einem schönen Fight. Ja. Nach einem schönen langen Fight. Dr. Higgins Bürolabor befindet sich in der obersten Etage der Einrichtung. Achtung! Notfallprotokolle wurden aktiviert. Verlassen Sie die Einrichtung.